Was hast du? Nicht. Die mit dem weissen Fleck an der Schnauze. Das ist die Farah. Die Farah glaubt immer nur, sie sei im Atlantik. Darum immer wieder gegen die Scheibe. Sie vergisst es bei jedem Aufprall wieder. Sie schwimmt zurück. Sie versucht es sich jedes Mal von neuem zu merken. Du bist nicht mehr im Atlantik, Farah. Du bist nicht mehr im Atlantik, Farah. Du bist nicht mehr im Atlantik. Du bist nicht mehr. Du bist nicht mehr. Vor. Du bist nicht mehr im Atlantik. Zum Glück, ich sei so vergesslich. Jetzt habe ich die Stimmung versaut. Was meinst du damit? Es wird jetzt persönlich. Du hast das Leben, wenn ich Klavier spiele. Werra? 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 Was ist los mit dir, Werra? Ja. Das ist die beste Frage, die du bis jetzt gestellt hast. Bei der Antwort passt nicht aufs Telefon. Und schlitz auf. Wie immer? Die multipliedste 밖에? Wie immer? Wie immer? Der garantiert, man... Und schlitz auf den Boden schlitz auf. Das ist unser letztes Telefonat. Geniesse es. Ich komme jetzt zurück. Hast du mich verstanden? Wohin zurück? Zu dir. Nein, nicht zu mir. Du gehst zu ihr. Ich weiss nicht, wer sie ist. Sie hat meine Stimme nicht zu anschauen. Das ist alles, was ich von ihr weiss. Unsere Stimmen generieren ein Bild. Unsere Worte setzen es in Bewegung. Egal, was wir uns vorstellen, Vera, was bleibt, ist die Essenz. Nein, Alois. Das hast du gesagt! Dann sag mir, was ist die verdammte Essenz, Adon? Ich weiss ganz genau, wie du dich damals gefühlt hast. Wann? Weisst du dir? Dass du dir dein Leben nehmen wolltest. Nein, liebe Alois, das kannst du nicht. Und weisst du, warum? Du kannst Leben haben, das du dir kennst. Dat du lustig Mal,'s und dieses Geatorium, ja. Du kannst du nicht verteben. Du kannst dich wieder demain auf den Helmus tregen. Vielen Dank.